Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die Dateiendungen bei bekannten Typen ausblenden oder einblenden können. Das heißt, hier zum Beispiel sehen wir jetzt einmal unsere Dateien. Wir sehen aber nicht, welches Dateiformat das hat. Wenn wir aber sagen, wir möchten das sehen, dann zeigen wir Ihnen, wie das geht dazu. Explorer starten. Dann haben wir hier Ansicht, das wählen wir aus. Dann haben wir Optionen, Ordnung und Suchoptionen ändern. Dann gehen wir hier auf Ansicht und als nächstes haben wir hier Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden angehackt. Das heißt, hier nehmen wir das Hack hinweg, übernehmen das Ganze auf OK. Und wenn wir das jetzt schließen, dann sehen wir hier Punkt AVI, Punkt BNG, was für Format das ist. Das gleiche sehen Sie dann natürlich auch bei Bilder und bei Musik. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr Windows Power.de Kanal.